ja hallo und herzlich willkommen ich nehme auf Prozent zu einer weiteren folge mein Kraft zur Wahl der ist wieder es war mit dem TKB und mir dem Davido 3 für 5 und schreibt nein in den Chat was will jemand Team mit mir machen schreibt nein mit dir mit dir wenn jemand mit mir Team machen würde wollen würde würde ich nein schreiben aber wenn jemand mit dir Team machen will dann musst du nein in den Chat schreiben nicht ich verstehst du es geht los 7 6 4 3 der sagt nicht dass du lesen kannst dass es mich schon zweimal verpasst äh digitally sprinte dort ich kann die drei spartend die ich s sehr fest die Rennen aber Dardar an der hatte darüber ich helfe dir mehr so bist du ja ich bin eh hier kommen dann wer jetzt lassen ja 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 es ist nicht kacke mit der Hand noch diese Met die habe ich noch nie gespielt also wir haben wir sein in Sieg und manieren das heißt sie unanieren mit der Hand Prozent ich rede der Bäume um mehr ja ich nicht gestern 8 Kiste die komplette Rüstung ja ich weiß nicht also ich weiß nicht wo er ist man das ist schrecklich mit dem Mäser weg da ich hab so ich hab wo best du da ist sie denn am lokalis nein das wird er doch was wir gut Prozent ja auf jeden Fall sind das das erste mal dass ich jetzt diese Met spiele du auch ne bei der ja okay also um mal gucken was daraus wird das was zu meiner Sorge also nicht wundern er ist total schlecht Paya haben sie da hat sagen die letzte Röder der Platz der Mann ist allein die gelassen hat oder es für die so traurig so was zum einschmeißen für mich also drogen aber das ist für mich zu HPA 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 was bist du okay hier ist ja auch ist auch nicht für mich wer mich an ist ich mag Drogen auch nicht die Sendung so komisch hat also wenn du die nicht immer musste ja wissen wie die Sehnen da ist in die Kiste an der erste die Kiste was ist das denn Babysprache Adda Adda Ah was zum Einschmeißen und Schuhe Hast du mehr zum Einschmeißen Weil ich hab Ja hier ich stell mal eben nen Kuchen hier hin Ja warte noch Der ist schon fast aufgegessen Tut mir leid Aber hier ist noch ne Kiste mit noch nem Kuchen Ja stell ihn hin Ja komm halt Oh du bist so lahm Arsch ey Schrecklich mit dir Es ist wirklich eine Phase Mir zuschauen zu müssen Eine Watt Eine Phase Ah ok Ich weiß noch nicht was das ist Aber es trotzdem Ich weiß nicht was eine Phase ist Nein weiß ich nicht Eine Qual Oder wie man bei mir hier sagt Ich erst mal schnell fast den ganzen Kuchen aus Ja ich hab den eh schon Für den anderen jetzt Das ist erbrochen Bei uns sagt man In Österreich sagt man es erbrochen Mit Krawattenspielen zum Beispiel Oh schade der ist er kaputt Es ist erbrochen Es ist erbrochen Eine Ja ich weiß Oh hier brennt es Östere Ganz östere hier sehr geil Warum haben die hier Lava hingemacht? Sind die dumm? Hier ist Wolle Ja Ja was? Genau Genau deswegen haben sie Lava hingemacht Genau das Ey guck mal hier hier Code Ja Ja wie soll man den bitte rauskriegen? Egal Nix Warte hier ist nur Wolle Wie bist du da hochgekommen? Ja Kiste Hast du brauchst einen Helm oder sowas? Helm? Ja Ja ich brauch alles aus der Schuhe Ich habe eine Waffe Ich habe eine Angel für dich Ja super Damit kann ich aber nicht umgehen Ja ich habe auch noch ein Goldschwert aber das könnte mir Und ich würde sagen Hallo was bist du für einer? Wie unsozial bist du eigentlich hast du die Kiste hier schon auf Ich habe den Helm Ja aber nur weil der nicht gebraucht hat Das die Uhr ist auch das Das unnötigste Nötigste Ja es ist unnötig Oh eine Fehler und Kuchen Federn sind auch unnötig Unnötig Darf man hier E-Team machen? Natürlich darf man hier Team machen Nicht dass wir E-Legel spielen Ja hat man ja letzte Runde gesehen Hat einer mit einem Dia-Schwert mit jemand anderem Team gemacht Das ist einfach nur feige Aber wir machen im Finale Team Ja wir dürfen das Wir sind VIP Wie ich schon gesagt habe Wenn wir zum Finale schaffen Töle ist ja nicht dabei Müsstest du euch inzwischen wissen dass ich das besser kann als du Ach Bei mir leckst du mal wieder also das Serverleck Leckst du bei mir auch Aber das Serverleck bei mir nicht Doch tut er Wenn ich bei dir leckere Leckte Server auch Na dann leckst du eben bei mir nicht Kommst du eigentlich bis zu hinter mir? Ja Ja Ich bin immer hinter dir Schätzchen Ja und ich bin immer vorne Auch beim Sex Ja Darauf habe ich mich gerade bezogen Ja was will ich eigentlich mit der giftigen Kartoffel Warum habe ich die nicht drin gelassen? Kommst du nach? Ich weiß ja nicht wo du bist Ich bin da auf dem Zaun außen herum gegangen Und ich bin auf dem Dach drauf Oh ja das sollte ich vielleicht auch da hinten Was? Eine Kiste Ich gehe mal da hinten Auch jetzt habe ich die Kartoffel wieder eingesammelt Ich habe die eben extra runtergeschmissen Da ist ein Hebel Ich wette wenn ich den drücke bin ich hin Egal Ah ne Kiste Ey was war das jetzt? Hast du grad Schaden bekommen? Ich habe mich grad in Hebel gedrückt Dann hat die mal Schaden bekommen Läuft der Eisgalt an der Kiste vorbei Was kann der eigentlich? Die weg Was? Ah da ist eine Kiste Ne doch nicht Geh runter Das ist so schwer Ach ne, nein, 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 nein Hören auf, sonst du weißt ja was da passiert Bitte hör auf Denn wir wissen ja was da passiert Oder passieren kann um genau zu sein Sonst ja schon mal passiert Wir kommen nicht zu der hin Und wo ist sie denn? Wo die ist habe ich gefragt Wo die ist habe ich gefragt Hier gleich Stress macht Warte, ich hab was für dich hier, das für dich Kannst sehr gerne essen Wo ist denn jetzt die Kiste? Nein, das war die glaube ich Oh mein Gott, dann fragt ihr, wie man da hinkommt, ist das ja dumm oder? Ich hab nicht mehr Ich hab mal was für dich Ich hab mal was für dich Ich hab mal was für dich Das war ich Aua Ja renn Ja renn halt Ja, der sprintet nicht Boah, ja du musst ja auch sprinten, nicht der andere Ich hab mal was für dich Ich schnitt, ich sneak jetzt einfach hier, vielleicht habe ich ja Glück Ich sehe nämlich keinen Namen Ansonsten ist der Hintern, setz ich hier direkt, setz ich hier ein TNT hin Du hast TNT? Ja Du hast TNT? Ein TNT habe ich Wo bist du eigentlich? Die sind immer noch hinter mir, keine Ahnung, wo ist es bei dieser Kirche oder sowas Kirche? Ich weiß nicht, was eine Kirche ist, tut mir leid Kirche? Wie ist das bei dir angehört? Ich glaube, ich bin entkommen Ja, ich nicht, die sind immer noch hinter mir Pech für dich Ja, irgendwann kann ich nicht mehr springen Ja, wo bist du denn? Hast du was zum Einschmeißen? Fick dich Ich komm da nicht rein Ah, da ist jemand! Nein! Das geschieht direkt Hallo, ich hab hier ein TNT hin gesetzt Was war das jetzt? Auch immer diese Scheiße, ey Äh, ich bin... Hallo, ich seh dich Mich? Ja, ich bin direkt bei dir, hallo Da kommt jemand Ich bin tot Ich spektäte dich Ich spektäte dich Ja, äh, siehst du das? Ich bin da irgendwie aus der Map draußen oder so Ey, wie geil ist das denn? Ach, ist wahrscheinlich hier irgendwo Lava, ne? Ah, pass auf, da kommt einer Sneaken AG Halt um! Ja, der hat Eisenräus und was soll ich machen Ja, vielleicht Blockhit Ich kann das nicht Nix kannst du mein Freundchen Okay, da du ja die Begrüßung gemacht hast Mach ich jetzt die Verabschiedung oder wie auch immer man das nennt Das war eine Scheißwunde Ja und wie, ja, das liegt aber... Lieg aber, ne, ja, liegt aber Ich hätte da abbrauen sollen Ja, warum hast du das nicht gemacht, du, Eumel, ey Ja, weil ich glaub so, dass ich da gleich sterb Ach, das ist ja ne geile, ne, 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 geile Dings hier, ne? Ne, geiler Platz hier für Kisten Drei Kisten, vier Kisten Aber jetzt sind die Kisten aufgefüllt Ach, wir hätten nur ein bisschen länger durchschalten müssen Ja, du, Fahrer Was willst du? Du bist vorwärts aufgeregt Na und? Ja gut, also ich beende die Aufnahme Ja, ich auch Tschüss Tschüss, bis zum nächsten Mal Tschüss Musik 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 Musik